Hi! Hallo ihr Menschen! Wir gehen jetzt in eine neue Stadt. Wir stehen hier am Bahnhof. Bist du nicht abgeholt? Warum müssen wir hier.... Warum kann die mich nicht bewegen?! Controller alle? Nein, Controller war noch nicht angemeldet. Los, dreh dich! Ehhhhhhhhhhhhh! No, nicht. Zu kalt. Ah! Los geht's! Go, city! ich bin ich mal gespannt. Wer ist denn grad noch low leveled? Whisky is low leveled, Revy is low leveled und Cramroir. Ich habe mir vorgenommen, wenn wir hier die Internetverbindung haben und sehen, dass unten ein Raid aufploppt, dann rasen wir dort rein, genau. Apropos, können wir die, äh, ja, hm, was? Wir können auch die Tiere wieder zurückholen. Von der Arbeit? Ja. Ja, dann müssen wir erstmal in die Stadt. Und dann können wir das eine Tier, ja, äh, finden lassen. Paaren lassen. Das eine, was wir bekommen haben. Dieses, äh, dieses, äh, Viech. Das eine da. Genau. PIXA! Und denn, wenn es fertig ist, dann können wir es wieder eintauschen. PIXA! Aber was interessant ist, äh, das ist in der Region 40. Ist, ne, ist nicht normalerweise, äh. Ich glaube, wir haben schon wieder zu viel trainiert. Ist nicht, das, das kann auch nicht sein, weil der Typ davor war ja 48. Die sind jetzt 45. Wie meinst du das mit 48? Naja, der letzte Bosskampf war 48. Jetzt müsste eigentlich die Viecher 50 sein, aber die sind hier 45. Oder ist nur der Anfang? Na, der letzte Bosskampf war 48. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen schaufen. Wie meinst du da? Nice. Pantymos. Pantymos! Okay. Pantymos! Dieses begabte... Dieser begabte Stepptänzer erzeugt am Boden mit kalter Luft eine Barriere aus Eis und richtet sie zu seinem Schutz mit den Füßen auf. Moment, ist ein Step-Tänzer? Ich dachte, das ist eine Pandemie, ne? Ja, in der normalen Variante würden sie nicht. Ach, hier ist ein Step-Tänzer. Das ist selber die Step-Step-Step, ja. Und, hm, hi, Outdoor. Outdoor ist schon wieder da! Outdoor! Warst du heute Outdoor? Wie geht's dir? Oh, guck dir den Teddy an. Der hat die ganz schöne Trotzhahne. Das ist so eklig, wenn er sich weiterentwickelt. Und wenn man sich dann die Weiterentwicklung anguckt, dann denkst du dich an. Und das Schlimme ist, der zieht es jedes Mal hoch, irgendwie. Das ist so eklig. So süß dieses Vieh ist. Ich hatte es auch schon im Team, als es frisch rauskam. Das ist ja ein altes Pokémon im Endeffekt. So süß das Vieh ist. Und dann hat sich weiterentwickelt, so, eh, nee. So eklig finde ich die Rotznase. Die Weiterentwicklung ist ganz cool, weil da sieht man es nicht mehr. Aber wenn man darüber nachdenkt, und die Weiterentwicklung dann sieht und darüber nachdenkt, dann denkst du dir auch nur so, oooooh. Fühlt es sich wohl, erhöht sich die Klebrigkeit seines Nasenschlangs. Wer es verärgert wird, wird damit angeschmiert. Dankeschön, Petzli. Nein, wir wollen nicht angeschmiert werden. Verschwinde in die Box. Der Autor schreibt, äh, mir geht's gut. Und euch beiden? Mir geht's auch noch gut. Mir auch. Wobei, nach dem Tag. Ach, Quatsch. Ach, für mich ist das ja schon immer. So schlimm war der auch nun wieder nicht. Ja, stimmt. Der Montag war schlimmer. Das war ein richtiger Montag, ey. Der Montag war ja... Och. So Montag, ich war noch nie ein Montag, den ich erlebt habe, glaube ich. Schlimmer ging's ja wirklich fast kaum. Das war alles mal ein normaler Montag. Nee, das war ein unnormaler Montag. Der war... Der war schlimm. Der war schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Wie, 5000? Die haben jetzt immer weniger Geld, habe ich das Gefühl. Ja, die kleinen, äh, Arenatypen, ja. Ist der da? Will er kämpfen? Hallo, willst du kämpfen? Nö, er guckt nur. Man sollte sich an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders für Bergsteiger. Jedes Risiko ist ein Risiko zu fehl. Ach, der wird auch gänzen. Arrasch. Ich dachte, er will Sachen verkaufen. Stahlos. Stahlos. Der wird einfach zerbohrt. Boah, Schnabil. Das ist nicht sehr effektiv. Gernsey, erzählst du mir schon wieder falsche Sachen? Ja, aber normalerweise bohrt man durch Stahl durch. Stahl gegen Stahl? Stahl gegen Stahl. Nice. Ich war nicht so effektiv. Schade. Stahl-Wasser? Oder Kamm? Ich würde sagen Wasser, weil, äh, korrisiert. Korrisiert? Oder Gift? Korridor. Korridor? Ja, korrisiert. Also ja, äh, Wasser würde ich sagen. Wenn Stahl mit Wasser in Berührung kommt, äh, oxidiert ist. Oder so. Ich würde sagen. Ich würde nix machen, die Hagelkörner auch noch schaden. Präzisionsschuss. Piu! Das ist sehr effektiv. Und, äh, Perrott. Hm, hi. Hallo! Piu! 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 Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. Guck mal schnell in die Box, aber ich war ja noch nicht in der Stadt, ich muss jetzt erstmal hier... Oder wir gehen mal zurück. Nee, guck auf die Map, ihnen zeigen, wo das ist. You can catch Ditto here. It's a Ragefallsea. I hope it calls so in Englisch. Oh man, das hört sich so schlimm an, Björci, wenn wir beide Englisch reden. Oh man, da ist nur eine Schalltafel, da wollte ich nicht hin. Ich glaub, Kramor ist hier grad nicht so gut. Ich will leben. Ich will leben. Ich will leben. Ich will die Ohren voll. Ich finde klar, so toll. Ich will leben. Ehm, Payroad, thanks for the bits. Ah, you need dit from an, an an, an an, an another country. Shiny, äh, Gant, hm okay. Shiny Hunt. Ich könnte mal schnell in die Box gucken gehen, ob wir noch eins haben, aber ich glaub nicht. Wir hatten nur eins gefangen, oder? Äh, ja, wir haben nur eins. Kann ja... Wir können ja mal schnell gehen, wenn... Wir haben ja Zeit heute, ne? Wir haben ja Zeit. Ja. And, äh, Payroad, äh, thanks for your follow. Kannst du dir mal kurz sagen? Mein Englisch ist nämlich so geil, dass wir mal schnell wegen dem Ditto gucken gehen. Äh, yes, äh, German, ähm, she look at, äh, our Ditto, äh, dann fangen wir einfach ein neues, oder? Oh, yeah. Yes. Okay, äh, we can trade, äh, our Ditto with you, also, yes. Ah, Ditto haben wir jetzt nicht hier, ne, da müssen wir schnell... Sonst hätte ich gesagt, ich guck mal schnell, ob man's fangen kann, grad, aber... Ne, ne, wir können auch zurück. Ja, ja, wir gehen jetzt mal schnell hier... zum... ...to 5. Äh, what's your, äh... Falsch. Switch... Switch... Switch-ID? For trade? Na, wie geht denn das mit den Traden? Keine Ahnung. Okay. Ja, ne, wir wollen's nicht ins Team packen, eigentlich. Wir packen's erst mit den Box. Sklave. Scheiße. Oh. Ich hab' vergessen, dass es weiß... Das passt schon. Äh, muss er mir erklären, wie ich das jetzt mach? Ja. Ah, sein, äh, sein Ding, sein, äh, äh, S, S, wie, äh, Passwort eingeben? Ja, wir können ein Passwort eingeben, dann kann er ja nur mit dem Passwort im Endeffekt rein. Mach ich mal, wie wir das machen müssen. Ne, mach mal tauschen. Tauschen. Ne, es wird ja nur nach einem Spieler gesucht. Äh, wir haben ein Schuss. Ich muss mir kurz nur erklären, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Spiel tradee. Äh, wie können wir mit dir tradeen? Äh, we don't understand, ah, do code, äh, na, den Code eingeben. Oh. Mein Passwort? Äh, 99, genau. Äh, 9986. 9986. 9986. 9986. Doch. Weil we haben gewonnen Cena, der den Beore von Satan entfernt. Doctat ihrer einen Kragen. Der Ktarfall namens laut ist auch sehr wichtigeser . Wohl. Ja, der ist некотор dick trägt. Gerne oder in den Trenn. Und da kann es schon einmal genutzt werden. Wie gesagt, die drucken wir ja dann locker. Naja, das geht jetzt. Wir haben ja gestern auch gleich eins gefunden. Ja. Wir schießen die einfach Sklaven rüber. Ja, wir werden einfach noch weiter versklavt. Ja. Armer Sklave. Ah! Oha. Äh, Herold, äh, thanks for your bits, äh, wow, it's so many. Du weißt gar nicht mehr, was du sagst, all's here. Yes, äh, yeah, ja. Ja, jetzt redest du mit mir schon Englisch. Das sucht aber lange. Beam. Why is searching so long? Äh, you can keep playing it will connect to me. Ah, wir können weiterspielen. Ja, trotzdem. Krati. Wir können ja in der Zwölzeiten Dito fangen. Ah ja, stimmt. Noch einen weiteren Sklaven. Ja. Nee, geh doch da zu den anderen Flugpunkten. Ach so, man kann ja da direkt, glaube ich, hinfliegen, gell. Geht das überhaupt? Weil du kannst da ja nicht hinfliegen. Du kannst ja nur hier hinfliegen. Nee, nee, die andere Seite, klar. Egal. Egal, wir können ja hinlaufen. Äh, do we have to be friends? Äh, äh, ähm, ähm, ähm. Was? Also, äh, friend, äh, mit, äh, Freundes, äh, befreundet. Können wir gern machen. Äh, yes. Äh, äh, wie, äh, how do, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, how, äh, how it works, äh, friends, äh. Friendships. Friendships. In the, in, in this game. Äh, what, äh, we must, äh, do for... Add me on Nintendo Switch. Ah, no, äh. Ah! Oh, ich glaub nicht, dass es jetzt da ist. Jetzt schneid's hier grad. Mhm, doch, doch. Doch, doch. Das ist immer da. Echt? Hast du nur guck? Ja, wir können selbst gucken. Ähm, da muss ich ja eigentlich aus dem Spiel raus, im Endeffekt. Aus dem Spiel raus, so. Wenn wir uns über die Switch zusammen befreunden möchten. Ähm, denn es bestimmt die, äh, die ID-Nummer, die er oben gepostet hat. Ich seh'n Experien, sie. Ach so, das kann ich nicht. Ist die länger? Äh, ja. Kannst du mir die über Discord schicken? Ja, das ist die. Yep, we can, äh, add you, äh. One moment. Ähm. Oder muss ich das, ist das ein anderer Code? Ja, doch, doch. Ist das ein anderer Code? Eins, neun, zwei, vier. Ja. Okay, we, äh, add you. Wie war das, was noch mal, noch zum Tauschen, weil das wurde jetzt abgebrochen. Ähm, das war neun, neun. Ah, ne, anscheinend sucht's doch noch. Ah, okay. Warte, ich wollte jetzt noch kurz hier. Warte jetzt gucken. Yes, äh, Snow. Jo, da ist es. Tatsächlich bei allen Gewitterzeiten kann's auftauchen. Nun, schauen wir mal, ob er eins findet. Äh, trade again? Äh, yes. Äh, trade is, äh, searching. Kann man jetzt nicht über Freunde? Ne, ich glaub, das geht nicht über... Über... Mal kurz gucken. Aber ich weiß nicht wie, im Endeffekt. Linktausch haben wir ja noch. D twelve. Ah, es ist셋. Es ist's. aber meins bin ich ah yes no tauschpartner ist ihres nee ist falsch it's the wrong person nein hab ich doch ich hab Bezögerung nee that's it's 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 he he is he is Iris oh okay we try it again we try it again one moment please yeah it's moment totally retarded aber das fangen wir jetzt noch ich glaub das haben wir noch nicht oder das fangen wir naja mach hin hier jetzt hier so catch it auf einmal wechselt man die ganze zeit zu eklig nice jetzt muss man kurz noch mal das brauchen wir jetzt nicht lesen nein box und dann brauche ich noch mal kurz das passwort genau 99 8 passwort 99 8 6 6 oh ja okay and again oh shit here we go again das ging jetzt schnell hier Sklave pauschen uh uh das hat Meloni pausch ja yes very nice and Perrault, thanks for the My Little Pony For the Unicorn For the Unicorn, My Little Pony Unicorn Wollen wir vielleicht noch den Namen? Ach, passt schon Kann man ja wieder umbenannt werden In seinem kleinen Horn stecken heilende Kräfte Es heilt kleinere Wunden, indem es diese mit seinem Horn berührt Ja, Liga-Cut ist toll Wir tauschen müssen wir nicht Müssen wir erstmal ein neues Tito fangen Tito So, I hoping It's become shiny It's now for you Yeah, no problem Young Boah, Schnabel Halt doch Wobei ist keine gute Idee. Whisky! Hyperball! App drin! Guck mal diese Widerspenstigen. Höh? So schnell? Haben wir vielleicht noch was, das gegen Eis-Pokémon schön effektiv ist? Nein. Taufball, Pokéball, Premierball, Superball, Helleball, Freundschaftsball, Nessball, Quederball, Finsterball, Schwerball, Symproball, Luxusball, Hyperball... Nice! Höh? Team schnell! Klar, Zeora erzeugt einen Diamantstaubgestürber, um Beute mit seiner Schönheit zu verzeihen. Zaubern, dass es sie unbemerkt einfrieren kann. Haha, nein. Die Box.